Was wir Ihnen jetzt noch zeigen, ist kein April-Scherz. Am 1. April ein 48 Jahre alter Straßenbahnfahrer wäre wohl gerne schon dort, wo Albano und Romina Power schon sind. Er hat einen Schlagersong über Verhaltensregeln in der BIM komponiert, eingesungen und ein Video dazu gedreht. Mit einem Ausschnitt vom Straßenbahn-Michel verabschieden wir uns für heute. Ich sage auf Wiedersehen. Bis morgen. Mach hier keinen Dreck. Hey, du mit dem Handy. Mach es bitte aus oder setz den Hörer auf. Ich bin König auf der Straße. Mich hält nichts und niemand auf. Ich hab immer grüne Vase und es gibt doch keinen Stau.